Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren News Video heute schon wieder und zwar was wir heute uns angucken wollen ist ein Paper das vor kurzem rauskam in welchem ein neuronales Netz beschrieben wird, ein Convolutional Neural Network um genau zu sein Anmerkung hierzu, wenn ihr nicht wisst was ein Convolutional Neural Network ist dann könnt ihr das ganz gerne bei mir in der Neuronale Netze Playlist euch angucken Link ist in den Infokarten und da einfach mal reingucken Ja, was macht das Ding im Endeffekt? Es nimmt ein Foto von einem Gesicht von jemandem und kann sagen, wie dieser Mensch orientiert ist sexuell also ob er homosexuell, heterosexuell oder bisexuell ist zum Beispiel und ja, das ist schon relativ bahnbrechend würde ich mal so behaupten denn ein Mensch kann sowas glaube ich nicht so wirklich zuverlässig und ja, da sehen wir auch wieder wie mächtig neuronale Netze sind also ihr könnt das komplette Paper hier lesen, ist auf Englisch logischerweise ich werde es euch jetzt nicht komplett vorlesen wir wollen uns nur mal kurz den Abstract hier anschauen und was da genau drin steht das Ganze basiert auf Bildern das heißt, wir verarbeiten hier einfach nur ein Foto vom Gesicht desjenigen und können mit 80%iger Wahrscheinlichkeit bei Männern und bei 71% Wahrscheinlichkeit für Frauen feststellen ob sie heterosexuell oder schwul sind oder lesbisch in dem Fall und bei Menschen war das tatsächlich, also wenn Menschen das beurteilen war das zu 60% korrekt beziehungsweise zu 54% korrekt also deutlich niedriger wenn man dem neuronalen Netz sogar 5 Bilder gibt oder wie war das hier, ja genau, 5 Bilder pro Person dann hat sich dieser Algorithmus so stark verbessert dass das zu 91% genau, beziehungsweise zu 83% genau sagen konnte das ist natürlich wirklich enorm viel und ziemlich, naja, nicht unbedingt nur positiv zu betrachten ich meine, was für einen Sinn hat so ein neuronales Netz im Endeffekt ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen sowas erstellen zu wollen was allerdings mich an dem Ding ein bisschen stört ist, dass es in einigen Ländern logischerweise oder was heißt logischerweise aber in einigen Ländern ist es illegal wenn man nicht heterosexuell ist und das bedeutet, man hat hier wirklich auch ein neuronales Netz das wirklich zu dem Tod von manchen Menschen führen kann und deswegen möchte ich hier ganz stark an euch appellieren wenn ihr ein neuronales Netz schreibt dann denkt drüber nach, was das für Folgen hat also hier wird teilweise Homosexualität wirklich also nicht hier in Deutschland aber in anderen Ländern wird Homosexualität mit dem Tod bestraft und ja, da ist so ein neuronales Netz schon ziemlich brutal, würde ich mal so behaupten das heißt, man sollte sich wirklich vorher gut überlegen was genau man wirklich erforschen möchte und ob das auch wirklich einen Sinn und einen Nutzen hat ja, für denjenigen oder für diejenigen die sich es angucken wollen genauer hier, hier ist wie gesagt das komplette Paper könnt ihr euch komplett durchlesen wir werden jetzt hier nicht weiter durchgehen Link wie immer in der Beschreibung und das war es eigentlich auch schon wieder von meiner Seite ich wollte wie gesagt nur ein kurzes News Video für euch machen dass ihr informiert seid cool, dann hören wir uns beim nächsten Mal und ja, bis dann, ciao